und direkt rein in der action ja lecker moin leute wir haben mal wieder ein escort quest ist gerade etwas laut hier und schauen wir mal dafür die jetzt ein einigermaßen halte nach hause bringen alles nicht so das problem wenn ich schämme die wachen kaputt werden habe ich meine güte ist hier was los jetzt schon wieder her nicht mal die rennt schon weiter jeder richtig gas ja ja geht schon gut los hier ja komm steh auf wo sollt ihr denn da sollte wo ja ich hab doch gerade ja er hat er sich wohl vom checkpoint gemerkt welche waffe ich hatte und hat mir gerade die kaputte waffe wieder ausgerüstet das natürlich auch super ist ist gespielt ich bin schon fast wieder tot ja pass auf da kommen massen angewandt ja ja zack für den sequen so einfach super dann ist schon gleich alles resettet da springe ich nicht runter ist superman style erst mal eine spritze in den armen drücken das place seems safe ja genau das sieht wirklich sehr sicher aus hier ich habe keinen ausdauer mehr und wer die gönnchen ja jetzt schiebt den auch noch von mir weg weißt du meine der hell aber auch aus war der steht noch ach das ist wieder so ein großer gibt es uns jetzt überhaupt befehle was wir kommen hier an und retten dir den arsch ja wir müssen erst mal die truller die die kommen ich glaube tranks vom steinfest kollege wird zunächst mit vorankommen ja dann bleibt er halt hier gar kein problem müssen die diskutieren der ist nur bei werk der ist nicht unsere mission neben so hat keiner vorbezahlt das reparieren das reparieren das auch reparieren dankeschön sehr nett und abfahrt das ist nicht so schön aber ich habe es geklärt das ist ein bisschen das ist ein bisschen und hier das ist ein bisschen Ja, du lauf ruhig schon mal weiter. Komm mal. Ich komme. Oh Gott, da hat das auch noch mehr Schaden oder irgendwas. Stinkender. Ja, was tun wir hier? Ja, kommt weiter, lauf. Da vorne sind Freunde. Wo kam jetzt der Neuer? Ja, ja, der macht das schon wieder auf dem Weiterkommen. Einfach gesagt, du hast es getan, ich habe keine Ausdauer. Ja, dann laufen wir mal weiter, was sie da stehen. Ich bin schon bei den nächsten. Oh mein Gott. Die haben wir halt dort, kannst du weiterlaufen. Nicht auf meiner Map. Ja, da waren wir hinter uns gespawnt. Aber scheinen sie zu stören, ist ja kein Problem. Wir haben doch keine Zeit. Das geht. Das hört sich wieder auf. Ach Gottchen. Fünfmal schlagen, einmal den Boden treffen. Sehr gut. Es ist so viel. Das ist so viel, weil sie, naja, kein Level ab. Das ist so. Das ist so. lang war er war schon in sicherheit gleich jetzt bewegt sie sich nicht oder was fix anscheinend wenn man eine schnellreise machen müssen wieder zurück schnell reise machen müssen ist ein bekannter pack von begeisterung nur um diese drei zombies zu töten und dann läuft sie ja die gab es aber nicht ja ich mich dann gibt ein bisschen gast und bleibt nicht fünf noch in die anderen richten ich laufe in eine andere richtung oder fünf jahre auf einer treppe stehen und schilder ihr leben und erzählt so kommen so haben wir jetzt noch alle türen wieder hier zu was aber noch nie hier weiß wo sie lang muss ja ja blablabla hier kannst du zitieren natürlich ich finde ich sie sind sie man geht nicht da ist kaputt wo wir reingekommen hat sich der typ auch von der werkbank verzogen sehr gut so hängst kann man ich rede mit morgen ja immer abgeblieben ist und beim boot das ist definitiv ein autofahrten da oben das auto ist kaputt ok auf geht's abfahrt es ist so eng aber du kannst hier nicht mal um die kurve fahren einfach nicht es ist es ist Klatsch, klatsch. No. Klap. Nee. Ja. Ja. Ja, natürlich. Okay. Warte jetzt nicht. Geh mit Mo in die Stadt. Ja. Achso. Jetzt hat er sich aktualisiert. Auf geht's in die Stadt. In die Srooms. Im Bereich vor der Pumptbeziehung von den Toten. Hier, wir müssen mit Mo reden. Ja. Sag an. Wollen wir noch einmal töten? Okay. Das ist natürlich schlau, das Zeug so weit weg zu bringen, anstatt hier dahin zu packen, wo das Boot anlegt. Ja. Aber okay. Ja. So macht man das doch, oder? Ja. Aua. Oh, der weg, der weg. Ach, ich habe keinen Ausdauer mehr. Deswegen kann ich nichts machen. Ah. Ah. Äh. Also diese Minimap, die zeigt ja auch manchmal Wege an. Ach so. Dann kann ich jetzt hier irgendwo rumlaufen, muss man sterben. Einmal flimmstigen Weg gibt. So. Lauf. So. Lauf. Sag ich mal. 140 Meter. Ja. Ja. Komm. Geht. Lass mich doch einfach ruhig. Nein. Die lasse ich nicht einfach passieren. Und ich habe ein bisschen Sprit, und ich weiß nicht, was der tut. Aja. Angest an, doch noch mehr. Ah. das bisschen war los wo bist du denn angelaufen zu dem ziel also ja ja komm weg mit ihr kommen noch wo kommst du denn her ja genau schmeißt du mich auch so geht was ist schon okay wo kriegen wir jetzt den sprit her schickt er uns jetzt direkt dahin gucken ja dann scheint der nächste punkt zu sein oder zwei benzin kanister brennt ihr mal vor euch hin hier wenn euch das spaß macht nicht der letzte der verurteilen würde nicht wahr sein längst ja auch kommen ein zombie ja ne kommen da noch zeit und töten sich direkt ist die alle hier durchgeprügelt das sind jetzt alle ja um aus der stunde unterwegs noch kommen hier ist auch ein auto 1 hat jemand bei mir geschmissen ach komm spiel ganz ehrlich mittlerweile nervt wird mehr als alles daran auch ja 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 ich das ist nicht beteiligen dieses auto einsteigen bist du denn da bist du hier steigen ein falsche seite nicht hatte da gibt das fahr einfach machst du mein waypoint sagte mir genau die andere richtung und dann nachdem du gedreht hast so umgesprungen sagte in die richtung die wir jetzt erst dieses system hier ist teilweise ich komisch die scheibe aus ja da ist gut von karte aus weiter okay hier kommen wir wohl nicht weiter letzte stück ist doch direkt hier oder nicht na ja 40 meter laufen jedoch im beziehen kann es dafür war jetzt auch so meine idee ich hoffe das richtig hier ich bin mir nicht sicher sagt er mir wieder andersrum ja oder rona müssen wir noch hier also doch so klatsch blablabla mit jetzt ja wie man ihr merkt wir haben mittlerweile richtig viel spaß an diesem spiel aber ich würde sagen den rest von dem spiel schauen seine nächste woche an vielen dank fürs zuschauen trotzdem bis dahin